Und ein herzliches Willkommen zurück bei unseren momentanen Aufstiegskämpfen bei Pokémon Tekken DX Rangmatch online natürlich mit von mehr Gameplays als Hobby auf der Nintendo Switch. Ja, das war jetzt eine komische Reihenfolge der einzelnen Begriffe, das sage ich ja sonst so eigentlich nie. Aber gut, okay, ich nehme an, der Sinn ist verstanden und wir suchen jetzt einfach mal den nächsten Kampfgegner. Wir haben schon die nächste Herausforderung gefunden. Und in Aufstiegskampf, jawohl! Und super gegen C2. 568 Siege aus Frankreich, das habe ich den Namen nicht mehr gesehen. Die Clems. Na wunderbar. Wrestler Pikachu. Das wird nicht leicht. Eventuell, je nachdem wie sie mit denen auch klarkommt. Das war ein Y zu viel gedrückt. Sag mal. Hallo? Das war eine blöde erste Runde. Na toll. Da haben wir endlich einen Aufstiegskampf und dann sowas. Wir haben sogar beiden einen Aufstiegskampf, ja. Falscher Knopf gedrückt, juhu! Ach, komm schon. Sag mal. Was ist das denn hier? Was soll ich sagen? So macht das Kämpfen aber keinen Spaß. Toll. Ich meine, es hat zwar den Zweck zu gewinnen, aber es ist total langweilig, ey. Konnte man ja gar nichts machen. Scheiß Dreck da. Dir sage ich jetzt nicht, Herzglückwunsch. Das war echt einfach nur doofes Spiel. Also. Noch beschissener kann man nicht kämpfen. Okay. Schauen wir mal, wer als nächstes kommt, als nächster Gegner. Ich weiß nicht, was ihr von so einem Kampfstil haltet. Wenn euch so einer in die Quere kommt, keine Ahnung, und macht wirklich nur zwei Attacken. Oder so. Das ist echt langweilig. Keine Ahnung. Da hört der Spielspaß eigentlich auf. So, der Christ aus England mit 214 Siegen und Machu Mai. Schauen wir mal, wie es da wird. Auch C2-Gruppe. Was soll der Mist? Ich bin nur noch ein D2. Wann kann ich bei Aufstiegskämpfen nicht irgendwie gegen meine Gruppen kämpfen? Wenn das hier jetzt auch so direkt weiter geht, ey. Sag mal, wie schnell konnte er mich denn dann plötzlich greifen, ey. Der ist noch nicht mal auf dem Boden gelandet und dann schon sowas. Das gibt's doch nicht. Was sind das für Leute? Gegen was für Leute habe ich die ganze Zeit gespielt, dass ich so viel gewonnen habe und jetzt sowas hier. Bitte was? Bitte was? Das war's. so geht doch meine güte 11 es besteht noch eine chance zu gewinnen ach so stimmt mein helfer pokémon geht noch nicht nein ja ja 21 meine güte ich fasse es nicht gewonnen ein sieg noch dann steigen wir auf jawohl zwei kämpfe haben wir noch vor uns und in dem video noch ein sehr schön klicks bonus was kriegen wir hemd mit weste in pink obis brauche man nicht so der nächste kam vielleicht der letzte um einen aufstieg zu erzwingen wen finden wir wen dürfen wir bekämpfen computer klar dass man da dann auch keine punkte kriegt wo wir kommen fast wieder an die 48 prozent an siegesquote heran wir klettern uns so gesehen gleich wieder rauf und der reload tv als gp player ist wieder online und die klemmen schon wieder scheiße nicht die schon wieder die versammelt mir doch wieder alles aber es gibt so nette das fies so nervig und warum kann ich nichts machen ich verstehe es nicht die verhaut mir den aufstieg das gibt's nicht kann ich auch so was warum woher weiß die sein woher weiß die was sich drückt und er zittert sich da ein ast ab hier meine die ist doch einfach nur scheiße na super das habe ich verloren shit ach man wie kann man nur so nervig spielen ein kampf noch lass uns das gewinnen ich will endlich mal wieder aufsteigen das gibt's noch nicht so den kampf nehmen wir jetzt aber auch noch auf wir machen jetzt mal vier kämpfe draus wir sind erst bei 10 minuten bis 15 wollten also generell immer ungefähr machen ach mir ist es noch mal die selbe mr u siege 15 aus italien was denn jetzt hallo die verbindungsgegner ist abgeboren na toll okay versuchen wir es nochmal ein kampf will ich noch gewinnen nein warum drücke ich x und natürlich finden jetzt keinen kämpfer mehr toll gegen mr u hätte ich vielleicht eine chance gehabt zu gewinnen und hätte meinen aufstieg gehabt meine ganze frust hier raus lassen an diesem pikachu okay gegen wen dürfen wir kämpfen na super 1201 siege ey bei meinen letzten bei meiner letzten chance der polka ich glaube den kennen wir sogar schon der hat uns auch total vermöbelt gehabt ey da konnte man auch überhaupt nichts machen bei dem oh man auf geht's aber vielleicht haben wir doch eine chance nein hey ich war doch gar nicht mehr ganz drauf oh man ja leck mich doch mursch man das ist meine letzte chance auf den aufstieg das gibt's doch nicht warum kommt da jetzt noch so vollidioten was heißt vollidioten die können einfach gut kämpfen okay unf die 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 der die Was war das denn jetzt? Bei wenigstens erwische ich ihn mit meinen Dingen, Sieve. Ja, 1-1. Komm schon, komm schon. Lass mich aufsteigen. Lass mich aufsteigen. Lass mich aufsteigen. Naja, ja, 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 ich hab gewonnen. Wie geil ist das denn? Party. Ich bin aufgestiegen. Und ihr seid Zeuge davon. Gruppe D1, jawohl. Seit Ewigkeit mal wieder Gruppe D1. Adrenalin, ey. Mein Herz, Punktwiesau. Ihr seid Zeuge. Ich hab's geschafft. Gegen jemanden, der schon über 1000 Siege hat, ey. Und der hat echt gut gekämpft. Also, Wahnsinn. Sehr schön. Jetzt brauch ich erst mal ne Pause. Okay. Ähm, ja. Das war Pokémon Trecken DX auf Nintendo Switch. Ein erfolgreicher Gruppenaufstieg. Mit von Neuer Gameplay als Hobby. Wenn's euch gefallen hat, ich hoffe, es hat euch gefallen, dann dürft ihr einen Daumen nach oben da mir geben. Und auch ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder. Bis dahin, auf viel Spaß bei mir. Und auf Wiedersehen. Tschüss.